Dominik, was ist dein größter Weihnachtswunsch? Mein größter Weihnachtswunsch hat ein bisschen mit dem zu tun, was ich beruflich mache. Ich arbeite nämlich viel mit Kindern und mit Jugendlichen. Und in der letzten Zeit war das mit der Jugendarbeit ein bisschen schwierig in dieser Corona-Situation, weil viele Dinge so nicht mehr möglich waren. Und mein größter Weihnachtswunsch ist tatsächlich, dass die Kinder und Jugendlichen in unserer Jugendarbeit wieder das erleben, was unsere Jugendarbeit gut kann und was sie ausmacht, dass da gute Beziehungen entstehen, dass sie Gemeinschaft erleben und dass sie da in unserer Kirche und den Angeboten unserer Jugendarbeit eine Heimat behalten und vielleicht auch wiederfinden. Das wäre mein größter Wunsch, dass wir die Kinder und Jugendlichen da nicht verlieren, sondern ja, dass unsere Kirche weiterhin belebt wird durch die jungen Leute, die sich in ihr engagieren. Und wenn das möglich wäre, das wäre für mich ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk. Das war ein schöner Weihnachtswunsch. Danke, dass du uns dieses Video gemacht hast. Danke dir auch fürs Fragestellen. Tschüss. 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 Vielen Dank.